Musik Dieses Tor ist natürlich das Ergebnis Ihres frühen Störens. Absolut richtig erkannt, Wolf. Sofort der Druck, sofort... Sie lassen Ball und Gegner laufen. Er hält ihn. Wie ist es denn zu fassen? Was kann der Außenseiter jetzt hier aus dieser Chance machen? Jetzt kommt der Schuss. Nicht der Ausgleich für Barcelona. Das gibt's doch gar nicht, Wolf. Der muss doch sitzen. Ja, gut gemacht. Flanke kommt. Da zieht er ab. Ausgleich durch den FC Barcelona. Sie kommen wieder zurück in diese Partie. Vorne der Ballgewinn. Da schickt er den Mitspieler. Da haben sie das Tor. Und es fällt nach diesem unglaublichen Pressing. Sie stehen extrem... Macht er ihn. Alles wieder offen. Ausgleich. Wichtiges Tor natürlich hier für den FC Barcelona. Wir sehen es. Sie lassen sie kommen. Geht er rein. Da ist er klasse rangekommen. Ja, da war er zur Stelle. Sehr gut hingehechtet. Hat genau den richtigen Zeitpunkt erwischt. Super rausgeholt, den Kopfball. Der FC Barcelona mit der Ecke. Gute Chance jetzt hier den Führungstreffer zu machen. Nee, das wird nix. Ball im Aus. Versucht es per Lopfer. Sie bekommen ihn nicht in den Griff heute. Das war der dritte Streich. An Sumale Fati. Brillant gemacht. Da kommt er rein und macht gleich sein Tor. Harter Schuss, aber Ball geht neben dem Tor. Knappe Angelegenheit. Also da hat wirklich nicht viel gefehlt. Gut den Ball verteidigt. Ganz stark gemacht. Das gibt eine gute Gelegenheit. Ja, vielleicht ist hier noch was drin. Ja, das müssen sie jetzt ausnutzen. Vielleicht gibt ihnen dieses Tor nochmal einen Schub. Nein. Nein. Untertitelung des ZDF, 2020